Und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Far Cry 2, ja Far Cry 2 Folge 4, ja Folge 4 ist aber jetzt und ja es geht weiter beim letzten Mal, ich weiß gerade gar nicht wo wir das letzte Mal ehrlich gesagt aufgehört haben, weil das ganze jetzt schon ein bisschen länger her ist. Ähm, ich hab auch ehrlich gesagt Steuerung nicht mehr im Kopf, deswegen muss ich ehrlich gesagt, aber ganz gut nach der Steuerung gucken, ähm, mit dem Rego ist eigentlich alles klar, das ist eigentlich logisch. Äh, integrieren, okay, ja, leertestisch, okay, ja, okay, okay, einfach mal zu Ende. auf 5 kriegen wir die Karte muss ich auch noch einmal ganz gut gucken auf 2 werfe ich die Granate, schnell speichern auf 5 schnell laden auf F9 von Block 8 habe ich glaube ich gar nicht keine Ahnung, selbst teilen auf H Multiplayer bringt gar nichts weil, obwohl ich belge ich gar nicht mehr ein Scheinwerfer ok, dann haben wir jetzt alles wir machen natürlich weiter obwohl ich gerade nicht weiß wo wir aufgehört haben ja stimmt ich renne ja mittlerweile mit der AK rum ja genau hier haben wir aufgehört ich bin gerade um zu belegen ob ich eher die ne ich bleib der AK digger ganz ehrlich genau stimmt da haben wir letztes mal aufgehört das sind die menschen für die ihr kämpft und deshalb müsst ihr diesen ach komm sagen ich möchte mich welche besuchen ja ich würde sagen wir fahren wieder nach und was der bro und noch auf die geben kann wenn wir jetzt aktuell über die aufträge gemacht haben ich sage ich bin das wobei ich war mit meiner kann ich gar nicht nur dann wenn er auch wirklich im arsch ist okay gut dann muss ich mal gucken wie ich da jetzt am besten hinkommen weil ich habe mich nicht ahnung aber wir müssen noch nicht da lang warte mal da hinten ist irgendeine waffenmission kann man ja alles immer noch machen weil ich sag mal so diese ganzen ganz kurz das game ein bisschen leiser machen weil ich sag mal so diese ganzen randmissionen die kann man nicht abballern hab ich bin erbe willst du was von meiner her ach so das ist meine dinge oder die doch die gehört zu mir das so glaube ich nächste zeit ach nee dann fahren wir weiter ja übrigens sorry dass jetzt so lange nichts kam ich war jetzt gerade auf die letzten paar tage krank plus ich hatte irgendwie nicht so wirklich die lust äh was aufzunehmen okay dachte ich mir schon alles klar jungs äh und ja ja raus ja 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 Das reicht, ich denk dir, ich hole ihn dir! Kann losgehen! Und, alle weg! Wasser, das Ding mit mir da... Wir brauchen unbedingt Munition... Oh, warte mal, die ist, glaub ich, noch etwas steiler, die Waffe. Sei ja die, mit der wir am Anfang immer rumgelaufen sind. Warte, was da oben ist, ist was drauf. Boah, komm ich da irgendwie rauf? Ja, hier, vielleicht. Warte, auch hier drüber. Geil, let's go! Sechs von 221 Diamanten. Die Situation durch den Keine Ahnung, das kann ich auch irgendwie nicht einsammeln. Der hat die AK glaube ich wieder, nee der hatte auch die selbe Waffe wie ich. Und dann fahren wir weiter nach Pala. Na, falls das Pala gerade überhaupt ist. Was? Das ist auch ein bisschen. Ja, ja, ja. Also, wir müssen mit dem Lern. So, dann machen wir noch mal super. So, holen wir uns mal die nächsten Pistolen. Weil wir brauchen ja immer noch, wir wollen ja immer noch alles. So, dann machen wir uns mal wieder auf. So, dann machen wir uns mal wieder auf. So, dann machen wir uns mal wieder auf. Oh. Schön mal. Weil ich hasse es wenn meine Nase anfängt zu laufen weg. Vor allem, während ich um irgendwas aufnehmen lasse. Das ist eine Pistole, was man machen kann. Und dann habe ich auch irgendwie das Problem, dass meine Lippen so komisch nicht angeschäuert wurden, aber ich bin so komisch. Lübe, Knappi Knappi Egal, ich steckst die einfach mal ein bisschen legeil Grund ist das So fuck with me, my man Echt? Könnte ich ihn denn nochmal reparieren? Warte mal, ich muss aber gucken, wie ich Fahrzeuge reparieren So das A-Sto, wahrscheinlich weil ich da grad irgendwie an der Scheiß-Personen bin, ne? Jetzt? Ah ja, jetzt geht's, okay Das war, weil ich an der Scheiß- äh, eine Scheiß-Position gerade hatte Ach, was auch noch wegwerfen, ne? Echt? Vielleicht kommen wir mal wieder an die Karte ran, damit ich auch weiß, wie lang war Ja Weil wir sind ja auch bis zu den Orten Adeln jetzt, ne? Wir sind ja runter bis ans andere Ende der Map Warte mal, da sind wir raus Ich sag nicht, weil die Karte war Da sind wir raus, vielleicht Und da fahre ich hin Ah hier, guck mal, Parler Perfekt, dann müssen wir hier rum Perfekt, da werden wir schon mal hingeleitet Gut, okay, ich dachte, ich hätte irgendwie jetzt, dass wir irgendwie länger fahren müssen, aber, also, seit ich Ich hab hier so wieder mit dem Fahrrad Ich hab hier so wieder mit dem Fahrrad Jungs 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 Ich hab hier so Ja Ab Ich hab's Meine Fresse gibt es doch nicht auf die Eier, Alter. Jungs, bitte, ich habe euch nichts getan. Ich will nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Heike, Feuchstäbe! Heike, geht um auf der Fernkampf, Digga. Und dann regeln wir. Vielleicht muss man. Was ist hier, Alter? Ich hab auch immer noch mal die Flammenwerke dabei Das ist ein Fein, ne? Irgendwas muss ich... So, da warte ich mal nicht vorbeifahren, ne? Da... Ok, gut, hier haben wir, glaub ich, alles ruhig Ich hab auch nichts, was ich so inbitten kann Das ist ein Paarmo Ich hab die Karri hier, diese Heile Diese Heile, ne? So, Kala geht da lang Genau, und gleich kommen wir ins, äh, Waffenstehestand Wo wir bei Parler, ähm... Ich weiß nicht Parler, was ich gesagt habe Hier ist, äh, Waffenverbot Und hier ist, äh, Schussverbot Ich meine, wir müssen... da hin Haken wir hier Jo, aus, aus, aus Mit der... Muss ich dir eigentlich die Regeln erklären Ah, da hinten müssen wir, glaub ich, hin Ja, hier müssen wir hin Genau, man nervt sich Ja, da hinten Passt mich nicht an Dankeschön, Ari So, äh, ich speichere hier mal einmal ganz kurz Jetzt gehe ich hier mal ganz kurz Ich gehe 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 hier mal ganz kurz Der Schakal? Er ist Waffenhändler Wir brauchen ein Turnier Der ist die ABA am Drucker Und dank mir Salamän, Jungs Ja gut, kurz und klein schon klar Gepp Gepp Ja, Mann, mach' ich gerne du Hund und danach zerstört dich Heidi Hey kleiner Tipp, die APR wird auf die schießen, wenn sie eine Chance kriegt Also, pass gut auf Hat eine Fresse So, Heidi, Jungs So, wir müssen irgendwelche Kompressoren kaputt machen und ich hab keinen Plan, wo ich meine Karriere packen Das ist natürlich wieder sehr gut, Digga Äh, warte mal Ne, so ich das da Okay, äh Die Kompressor in der Garage der Deponie zerstören Untergrund, jemanden finden, der Medikamente besorgen kann Okay, das müssen wir auch noch machen Das Was, Jungs Das ist voll verreckt Da ist einfach verreckt, Digga So, äh, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir Okay Okay, okay, okay Flora hier, griff mich hinterm Berg hinter der Rinderfarm Kannst du die Fresse halten? Erstmal jetzt mal hier erstmal mal mischen, Alter Ah, hey, ne Fresse So, ich hab irgendwo dahin geparkt Über die Gun wieder Und jetzt, pass bloß auf Oh, okay Malaria Ballert wieder rein, oder? Stimmt, weil das ist immer noch so ein Ding Wir haben ja immer noch Das Ding mit der Malaria Weil Wir haben ja Malaria Irgendwie Ich weiß noch nicht wie Und warum Und wer Aber wir haben es Äh, so Ich scheiße jetzt noch diese komische Flora, Aura, Rita, Aura Der geht halt Ich fahr jetzt mal eine Mission Äh Wo waren wir noch jetzt mal hinten? Lelle Welle machen wir hier Ja Ah, ich hab ihn einfach überfahren, ne? Jungs Meine Verfluchte Fresse Geh mir Nicht Auf die Eier Oh Gott, nochmal Hier kann ich mich ausmammeln Nein, von 57 Egal, komm, wir fahren jetzt da rüber Wir fahren jetzt wieder Mission Und wir fahren dann da nach Laura Laura Flori Flori Ora Jungs Mach hier Achilles Auf deine Ehrensehne Aber Fies nicht Stark, Digga Meine Waffe ist einfach kaputt gegangen, Digga Los Nehm ich halt die Pump Boah, die Pump ist geil, Digga Die Pump schmeckt Warte mal, bin ich hier nicht gerade vorbeigefahren? Und hat die hier vorhin nicht schon alle auseinander genommen? Warum sind die schon wieder am Leben? Was soll denn das? Ey, die haben mein Auto gebummst Egal, komm, wir fahren weiter an Äh, eigentlich nicht, ne? Äh, mein Auto kriegt da nix Was soll ich sagen? Ich laufe ab hier Eigentlich bräuchte ich halt ne Ding, ne? Ich bräuchte halt wirklich eigentlich ne Dinge Waffe, ne? Äh, ne Fernkampfwaffe Wobei hab ich glaube ich noch Ha! Nein, den hab ich sogar getroffen Also gut, wo muss ich genau hin? Hier, wir müssen weiter rein, okay Hier haben wir eh ein Auto Jetzt fahr mit dem Auto rein, fahr mit dem Hauptauto und fahr mit dem Hauptauto wieder raus Ich kann Lucke mal auf den ... ... Ich denke, ich kann mal ja... Okay... Ah ja, das ist schon viel besser Halt gut, komm, helft mir mit dir hin Hält mir nix mit euer... Die haben alle scheiß Pumps, was soll das? Seicht, Jungs, seicht Ich will so, dass die Waffen nicht despawnen, weil so kann ich dann immer noch einen kleinen Motor-Krams wünschen Hey, komm her! Komm, wo? Hey, ganz langsam, wir bleiben schön hier Wo ist er? Der muss hier sein, wer, wo vient es? Hey! Komm! Das ist ein Teil, dann pack uns zu! Ich gehe auf! Ufff! Augen, Augen! Ufff! Oh, mein Gott, ich fachs mir! ok wie weit bin ich bin sogar hier wir haben das wir haben das durch wir haben das schon mal fertig sehr gut die augen kurze westerfeuerwerk gemacht ok das kann man gar nicht wieder fliegen ich glaube wir sind hier durch ich würde uns halt hier nur noch mal durch rennen und gucken ob ich hier noch irgendwie Leute finde immer noch mal eben so schön ich weiß nicht immer noch mal eben hier so schön am schluss also halt so schön schluss und fässig nehmen kann aber ich glaube wir haben alle das heißt wir können jetzt zurück gehen und Was ist das? Nervt doch nicht. So, okay, gut. Ähm. Ich habe immer das auch gehellt, aber dann kann ich hier jetzt immer die Moneybox mitnehmen. Wo habe ich denn das Auto geparkt? Ich habe das drüben hingestellt, ne? Ja, das habe ich hier hinten irgendwo hingestellt. Okay, wir müssen sogar nach Parler. Ich muss nach Parler wieder zurück. Äh, wo habe ich das Scheiß auch noch jetzt hingestellt? Äh. Ich fahre einfach mal einen Autostack. Egal, da fahre ich mit dem hier. Gut, dann fahre ich jetzt mal wieder zurück nach Parler. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir... Haben wir zu... F-F-F-F-F-F-F? Ach nee, das ist direkt so. Ah, war schon Arzt, war wahrscheinlich zu F-F-F-F-F-T-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F. Danke, Bokos, das geht. Okay, anscheinend muss ich trotzdem das gehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch schnell genug, das Auto zu reparieren. Okay, ich war schnell genug. Boah, ich fahre mit dem, weil der ist ein bisschen schneller. So, und ich weiß jetzt, dass ich da ungefähr ans Ende muss. Ich fahre noch einmal hier rum und nehme dann den Eingang, weil da muss ich mich hin. Ich muss mich in diesem Gebäude dahin tun. Verstehen. Noch auch damals, ich habe mit dir in der Kleren. Hup. Ah ok so ist der Achille wenn du es durchziehen willst, darf ich dir helfen ok, dann äh, gucken wir mal kurz an der anderen ah, auf der anderen Seite vom Parler ist was da können wir hinfahren da kann man das Waren wir rufen klar, ich kann doch hinlaufen, aber, ne kein Bock hier kommen wir da jetzt einmal drüber ja, hier geht es gar nicht weiter weil eigentlich müsste ich da rum aber, da das nicht geht ich würde sagen, parken wir mal hier aber wir parken hier einfach äh, zwar nicht auf der Straße, sondern hier einfach zu finden m 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 gespeichert so aber was soll ich das ist ein die leute sie sich deren Ausrüstung an das ist beste Qualität aber nur die meine freude der heiligen die Grenze gekommen im Moment gut kommen wir zur Sache L also ich war in der Städte sich in der Wüste finden sie das Team und zerstören sie die Ausrüstung dann sind sie erledigt hier ist ihr Geld nicht vergessen ist eine Geheimdienste und keiner die UFLL Jungs kennt sie erwarten sie keine Hilfe Achill ich brauche keine Hilfe ich klatsch' dir alleine die Ausrüstung der ausländischen den Spezialeinheit zerstören ok wo müssen wir hin yeah ich muss wieder an den Arsch der Welt der Maptiker Lora Lass mich ein Stück südlich der Treibhäuser dringend Lass mich raus Ache armenerlichen Jungs Lass mich raus Ache armenerlichen Jungs mal drüber audienerlichen Jungs dann flessende Jungs mal drüber lang drüber lang drüber flessende Jungs drüber um d ich hab jetzt gerade gesehen dass die auch vermisst aber noch einmal rüber, muss ich sagen. Machen wir noch einmal rüber. Das habe ich noch nicht gemacht, ne? Leute, wie geht es denn so? An diesem 8. März, Alter. Der Eifer. Jungs, ich wollte keinen Stress, ne? Aber du müsstest direkt fallen. Keine 70 bis 70 pro Basis. Auch 3 Gramm mit dem Paracetter Oros. Kann man auch... Ja. Du mit deiner Trickskamp, Digga. Du kannst du auch langsam auf jeden Fall sein. Nein, man. Fuck that. Ach, schnauze, Alter. Meine F***, Alter. Mit der Pump geben wir am meisten auf die Eier, Alter. Ich will hier irgendwo... ...füße Basis und Munitionsdingen strippen, Alter. Äh. 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 Hier brauche ich mich eigentlich. Trink einfach Wasser, das Healt anscheinend auch. Ich wusste nicht, das Wasser Healt, aber okay. Äh. Warte mal, hier ist irgendwo so ein Diamantkoffer, den suche ich gerne kurz. Das Ding hat hier irgendwo... Hier ausgeschlagen. Das wird doch hier hinten immer schneller. Und dann hier irgendwo... ...hä. ...hä. Das wird dann hier irgendwo... ...hä. ...hä. Ich weiß nicht, dass der hier irgendwo ist. Äh. Vielleicht hier vielleicht? Hier wär gar nicht immer so ne Klausi-Professor-Teil. Ich bin nicht wundern, wenn sie den hier hingesetzt hätten. Aber es muss ja irgendwo in der Nähe sein. ...hä. ...hä. Hier ist wieder... Ach. Egal. Scheiß drauf wirklich. Oh mein Auto. Ah. Oder warte mal. Auf der anderen Seite davon vielleicht hier. Ja. Aber kann ja nicht sein, dass der da hinten viel schneller geklingelt hat. Äh. Guck mal. Hier ist schon wieder gar nichts mehr. Egal. Scheiß drauf. Hey. Oh. Richtig. Foh. Ich glaub blurred das hier auf sich nicht. Guck mal. Ah. Eif. Hey. Ah ja doch, ne? Ok, nein, die wollte schon essen. Das ist ein Doppelkopf. Werner Doppelkopf. Werner Doppelkopf. Werner Doppelkopf, man. Immer auf Nummer sicher gehen. Immer die AK. Ich bin echt kein Fan von der AK. Aber... Das ist eigentlich gar nicht so. Das ist ein Doppelkopf. Oh, was mit dir passiert? Ich bin nicht. Ich habe den ersten Boden. Bei mir ist nicht. Ich habe ihn nicht. Danke. Datt bin ich auch noch. Ich habe einen Draht. Aber linken ja, hier blinken ok, ich kling mal kurz ohne blinken, halber ehrlich gesagt, ah hier perfekt 72, die haben Ante, ah nee, 70, ok, das hatte ich 68, ok gut, dann poppen wir mal rein in die Hütte und schauen mal, was uns Flora jetzt schon wieder erzählen will hoffentlich nix, was mir persönlich auch in den Sack geht und es bricht durch ja, damit ich ein bisschen Spaß habe, muss in die Luft gehen der ist ein Informant, er hat Kontakt zu den Special Forces Typen, die du suchst wenn du an den Kerl rankommst, kannst du ihn zwingen, falsche Anweisungen zu schicken glaub mir, ich halte einfach mal den Knarr an seinen Kopf und dann macht das auch ehrlich das führt sie nach Mokuba, die Barackenstadt und genau da wird die APR sie überfallen der Informant ist Belgier seltsamer Typ, leicht zu finden schön, jetzt nächstes Mal bitte jemanden, den zu suchen Belgier wird sagen, er arbeite für die ausländische Presse, er lügt also gibts Granatos Verfus einfach eigentlich Granatwerfer, Brüe aber bräuch ich das electe gerade gar nicht weil hä? gott hier grad hä? gott hier grad irgendetwas machen? achso ja gut, Granat wer von dem ich jetzt aber nicht mit Maybe later Gut, dann haben wir jetzt zwei entweder den Kontakt von der Villa einsticht und damit in die falschen Koordinaten übermittelt oder die Ausländerung der Alleinheit ich würde halt schon ein bisschen gerne was in die Luft jagen, deswegen machen wir das Mann, was das denn hier ist? Warte mal Ja, ne, war mal ein Digga, wir machen das andere wir machen das hier, wir machen das blaue, das ist ja das andere Ich krieg's mir auch noch auf die Seite, Digga, stark Du hast mich raten, ist die One Night Space wieder? Natürlich Das ist bescheuert, was treiben wir hier? Der Kampf ist da Ich habe vier Warte mal, kann ich nicht mit dir gerieten mit mir? Ne, schade. So, dann fahren wir jetzt mal rüber. 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 dann haben wir noch nix den Jungs oh alter mit dem Ding fahr ich auch die Wachpost ab dann sobald man anscheinend ne Munitionsprox weggenommen hat ab dann zählt dann so gesehen auch das Ganze mit diesem Wachpost ok verstehe ajo ok komm wir fahren mit dem Ding weil mit dem Ding Alter Schwede da hey let's go haha ja ich wollt grad sagen mit dem Ding haben wir gar nix der snipe mich der ekelhaft ich weiß doch wir fahren weiter wir fahren weiter die 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 auch ja fed sie Tung 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 Was ist das? Ah ok wir haben den mit dem Sniper aber Jetzt haben wir den mit dem Sniper Ok ich muss nur unbedingt die Munition schnappen Blüten Probierbar Obst du denschaften Blüten Blüten Entschuldigung Blüten Naja die Villa Ray nicht ausbezieht mit dem Facken Klammwerfer alter Ja grobe rinnt auf andere Arten weißt du ne gell Ja sobald hier einer kommt ne der singt erstmal am Fire Das hätten wir Komm Yallah Ich wills grad zweites mal sagen Yallah laufs Ist schon gut Aber machen wir es halt so Auch gut Bravo Papa Mike hier Charlie 24 hören Sie Bestätig sprechen Sie Stand by für Koordinaten Bestand So darf ich dich jetzt umringen? Weiß nicht ob ich's hätte dürfen Ich hab's einfach gemacht Typ Typ Hat geklappt Die Special Forces Typen sind auf dem Weg nach Mokuba I know Gut Dann Heißt Ich hab's nicht Ach, gut, dann können wir fahren. Gut, dann können wir wieder fahren. Ehrlich, der ist sogar richtig schön leise, neben sogar drin. Warte mal, war ich hier? Ne, die war ich noch nicht drin, ne? Servus, Servus, Jungs. Gut, da fahren wir da jetzt ganz entspannt drüber. Ich würde jetzt eigentlich schon die Folge beenden, aber das geht erst wenn ich irgendwo bin, wo ich speichern kann. Und die Karre ist heiß, langsam. Gut, das ist alles gut. Ah, das ist auch schön. Gut. Fahren wir mit dem hier rüber, der ist ein bisschen schneller. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Au. Gut. Warn, mutterfucker! Also manchmal hab ich so das Problem dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich in der Situation, die ich gerade habe, sagen soll. Oder halt einfach, ja, keine Ahnung. Deswegen, ich hab jetzt so... Ich hab eigentlich nicht gesagt. Aber... Ich wollte die Folge eigentlich gerade schon verenden. Aber... Geht schlecht, wenn ich keinen Speicherort habe. Und ich möchte nämlich erst meine... Oh, oh, oh... Oh, oh. Fuck. Oh, oh. das ist nicht wir brauchen nämlich immer noch die medikamente für unseren malaria ich wollte was von meiner jahre Ich hab nicht gerade den Eich.. Ich hab ihn wieder.. Ich hab ihn wieder.. Der Weg ist da.. Rocket Launcher Uzi Bruder nehme ich gerne Bruder Es ist nur einer glaube ich Ja, Einer, aber Einer kann dein Leben ganz schnell zur Hölle machen hier, Kalb Wenn meine Klage... Bist du noch Tuck ist? Los, Einer! Bleib hier! Bist du noch Tuck ist? Bist du noch Tuck ist? Versteigt! Versteigt die Deckung, okay? Was los? Ach ach nee, ist siep ist Wir haben den Angreifer verloren Wie viel ist das? Ja, ist es zu schillen? Allein gegen alle Ey! Mocha Wira! Du hast Gas filmen du! Oh! Ah! Ja! Unfassbar, ich hab dir gesagt, wir sind nutzlos Rumsitzen macht auch keinen Sinn, suchen wir einen Arim! Hey, ganz langsam, wir bleiben schön hier Wir müssen dich noch mal suchen, Lungs! Ich komm zu euch! Wir haben das Leben seiner Angestimmten zerstört Und der ist ein Ausländer! Bantuba hat diese ausländischen Blutsauger ganz allein ausgesetzt Ich bin das Volk! Er ist ein Anführer! Er wird uns vereinen und stark Ey, wir müssen aber dahinten gehen Wir müssen doch irgendwo hier hin Hier wirklich? Ey, ne, das ist das andere Gebäude hier, glaub ich Hier rein Entweder hier, oder Ah, hier, glaub ich Ja, ja Ach, wenn ich meine, äh Mach eigentlich mal ne Explosion, Alter Ich bin hier bei den Männern der APR Hast du gerade den Laster abgeschackelt? Maldito, das ist übel, du kommst besser her Ja Natürlich, glaub ich Also, ich sag mal so, ich würd ja gerne dahin Ähm Warte mal, das kann ja auch laufen Warte mal, das kann ja auch laufen Vielleicht bin ich unterwegs noch ne Auto Das Ding ist geil Warte mal, eigentlich kann ich hier noch mal gucken Ähm Bezüglich irgendwie Pillen, oder so Wie diesen Malaria-Kack, den wir da ja haben Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Dann haben wir ab Wir müssen Wir müssen Wir müssen dann Laufen Was ich das denken Ich kann hier grad auch nicht Speichern Sonst hätt ich's jetzt gemacht, weil Ich bin jetzt glaub ich schon über ne Stunde Weil mir ist grade die Aufnahme abgehauen Deswegen hab ich Jetzt muss ich jetzt mal eine neue starten Aber ich will gleich einfach zusammen Weil ich zusammen müssen, ich hab vor nicht Außer den F3 gedrückt Oh mein Gott, das ist egal Das schreckt mich doch nicht los Oh mein Gott, das ist egal Ich schreckt mich doch nicht los die raketenwerfer was muss ich jetzt machen kann ich hier irgendwo speichern geht das ich sehe mich hier ein bisschen um wir treffen uns später ich würde hier gerne irgendwo speichern jetzt erzähle ich dass ich erst irgendwo hinfahren muss damit ich irgendwo speichern kann aber genau so sieht es anscheinend aus oder kann ich hier speichern er wird doch gut 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 speichern und weil doch haben ja eigentlich wird weil ich hab mich in der Nähe wenn wir nach oben jetzt nicht mit Koopa gehen machen wir auch, das mobben wir da hinten, dass die Schwatz ist mach ich mir mal die Map auf und dann fahren wir nochmal hoch wie sieht das aus, als wer das auf dem Berg braucht ach come on, Alter, ernsthaft jetzt, nein, Alter ähm, wo wir sind da, ne doch äh so warte warte das sieht jetzt nicht noch besser aus aber wenn ihr schlecht wollt, können wir das gerne durchziehen gut hier ist nix, okay, dann können wir jetzt da rein ich kann hier glaub ich saven, right ich kann hier nicht saven, ich kann hier nicht saven ich muss was sind diese komischen Primärkisten, ich rach das immer noch nicht egal, scheiß drauf, ähm hier hat man glaub ich gesaved, ne meine da hat man gesaved ah ja, okay gut gut, dann würd ich sagen ok, äh, Leute, dann würd ich sagen, äh, wenns euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo, ähm ja schaut in die Videobeschreibung, steht alles drinne, äh, ja dann würd ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüssi his heart is cold his mind's all gone the strangest last time grab the ground of his science is strong down, down, down dreamlos